Ja Leute, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum nächsten Part Minecraft Waterworld. Ja Leute, wie gesagt, ich wollte eigentlich heute streamen, aber es geht nicht, ja aus einem Grund. Ich vermute mal, dass mein WLAN-Router einen weg hat, weil ich den schon nur 2x, 3x oder 4x, ja 2x oder 3x habe ich komplett neu gestartet. Auch ich hatte ihn über eine halbe Stunde bestimmt komplett aus und wieder neu und habe auch schon bei 1&1 angerufen, dass sie mal die Leitung überprüfen, haben sie auch gemacht. Nix passiert. Nix, nix, deswegen so grottensteches Internet. Ich bin auch gerade jetzt im Offline-Modus, wollte ich ja sagen. Und eben halt auch sagen, dass ich heute kein Stream oder sonstiges mehr machen werde. Durch mein Internet, Leute. Dafür kann ich nix, das ist echt kack WLAN-Router, sag ich jetzt mal. Der versaut wieder alle, so unnormal. Ja, was haben wir denn hier noch? Nix, nix. Na, Leute, hier. Was wollte ich, das wollte ich noch kurz abbauen. Und eben halt, wie gesagt, dass ich euch sage, dass ich keinen Stream mache. Und einfach heute nix kommt, damit der WLAN-Router auch mal, weiß ich, Ruhe bekommen. Muss ich auch gleich nochmal schnell 1&1 anrufen. Damit die nochmal gucken, oder mir helfen können, ob ich wirklich einen neuen haben muss oder nicht. Weil der auch kleine, heißeste Router, der ist dauerhaft irgendwie pisswarm. So, nochmal. Was ist das mit dem gelben Block alles klar? So. Na, bauen wir das nochmal ab, Leute. Da habe ich jedenfalls irgendwas hochgebracht heute für YouTube. Sonst hätte ich nix gehabt. Ich musste ja irgendwas machen, eine kleine Information oder so. Das geht gar nicht mit diesem Piss-Router, ey. Ja, Leute, was ich euch noch zeigen wollte, ein Haus. Bevor ich das wieder vergesse. Aber erstmal räumen wir das jetzt noch ganz schnell ab hier. Schnell, 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 schnell. Ich sah, der ganz am Anfang war drauf und der kam nie wieder rauf irgendwie. Ganz komisch. Komisch, 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 komisch. So, weg damit. Braucht keiner. So, 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 so. So, 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 so. Und, ah, da geht's. Da hinten, hm, hm, taucht das? Na, taucht. Da ist ein roter Balken. Ne, ein gelber Balken. Ach, das von... Ich weiß, wen das gehört, aber er muss auch immerhin mal raufkommen und wieder weiterbauen. Leute, das hier. Das Hochhaus habe ich ja schon mal von außen gezeigt. Vielleicht, das kennt ihr ja. Aber wir machen das mal ab, weil er drin alles eingerichtet hat. Die Pizza... Leute, da steht das. Da steht das. Haus Pizza GmbH. So, das wird bestimmt dauern, glaube ich. Pizza Tempel GmbH. So, das ist der Empfang. Auch geil. Ja. Ja. Sieht gut aus. Guck mal, zweite Etage. Ich geh einfach mal so durch, weil da hier echt viele Etagen sind. Auch ein geil gemachtes Regal, muss ich sagen. Das hat wieder was. Das habe ich auch noch nicht so gesehen. Natürlich dick fährt erstmal hier, Leute. Wisst ihr Bescheid? Ein Büro-Dings. Geht's hier noch höher? Allein, wie dick der Boden ist, Leute. Zwei Blöcke ist er dick. Noch mehr Büros. Ist das so ein Pizza Tempel? Oder ist das in die ganzen Büros hier, ne? Gibt's hier oben noch irgendwas außer Büros? Was ist das denn hier? Kochen. Küche. Achso, das ist eine Küche. Ja, eine Küche. Oh, mit zwei so kleinen Sitzdingern. Das reicht ja. Dafür hat er noch ganz... Ja, Mann. Wenis-Bereich. Wenis-Bereich. Ach, das soll bestimmt eine Sauna sein. Oder? Aber ist auch geil gemacht mit diesem Baum hier drin. Reife-Leistung-Pizza. Gefällt mir. Das sieht echt gut aus. Muss ich sagen. Aber wie hoch geht denn das noch? Leute, wie hoch geht das noch? Was ist das hier? Chef wird den nicht stören. Okay, Leute. Wir helfen den Chef jetzt mal. Tür auf, Tür auf, Tür auf, Tür auf, Tür auf, Tür auf, Tür zu, 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 zu. Ich glaube, wenn ihr das beim Chef machen würdet, den ganzen Tag lang, Leute. Oh. 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 Oder in der Schule. Einfach bei der Tür hinsetzen. Pizza King. Ach, hier sitzt Pizza. Safe. Hier, moin. Klauen wir gleich mal alles. So steht ihr unheimlich nach der Aufnahme, Leute. Klauen wir ihn aus. Wir wissen, dass da ein Safe ist. Was ist das denn jetzt? Labor. Ach, ein Labor. Ist ja geil. Na, du kleine Schwein. Na, du. Guck dir einfach durch diese... Hier, komm hoch, willst du raus? Nö. Wie er einfach sagt, durch guckt, nö. Nein. Leute, nein. Was haben wir denn jetzt gemacht? Wir haben das arme Schwein hier verjagt. Äh, was mache ich denn jetzt hier? So, Schwein. Da in die Ecke. In die Ecke. Oh, Leute, ich... Nee. Pizza. Ich brauche deine Hilfe. Das kannst... Ja, ich lass mal dein Schwein da so frei. Das tut mir leid. Sorry. Schwein. Aber hier kommst du nicht raus. Hier ist das Labor. Du kannst gerne da rumlaufen. Scheiße. Leute, ich mach alles kaputt hier. Hashtag kaputt. Was denn das jetzt? So, ich fass jetzt nicht mal an. Wohnung. Aber hier wohne ich. Alles klar. Badezimmer. Boah, Leute. Schön beim Kacken. Ich kann aber voll gegen die Fetzerscheibe kacken, ey. Ich hab wieder ne Vorstellung. Ja, ja, ne. Hier ist auch immer so ein kleines Küchen bereit. Aber irgendwie steht da ein Fernseher oder so, ne? War ja nix. Wie hoch geht denn das noch? Leute, kann mir jemand erzählen, wie hoch das geht hier? Pflanzenlabor. Okay. Alter, das ist dieser Pizza-Tempel. Da ist ja echt alles drin, Alter. What the fuck? Was sind das hier? Hier ist so ein Freizeitraum bestimmt oder so. Irgendwas ist bestimmt dahinter, oder nicht? Warte mal. Aha. Hier ist nix hinter. Okay. Was haben wir denn hier auch? Hier, Sitzbereich. Dings, Dings. Ja. Das ist bestimmt der Chill-Raum oder so. Ach. So, jetzt weiß ich, wo ich bin. Oh. Oh. Geht's hier auch irgendwo raus? Ja. Nein. Doch. Jetzt sind wir ganz, ganz oben. Ach, hier ist nochmal was? Ein Wherpool? Hier oben mit Hightech-Anlagen drauf. What the fuck? Ist ja geil. Also was für eine Aussicht hier oben. Also er hat echt auch viel im Blick. Gute Aussicht hat er auch, ja. Können wir mal da gucken. Ich glaube, wenn hier abends im Pool sitzt und einfach nur... Da seh ich chillt und einfach die Skyline hier angucken. Nicht Skyline, aber... Das hier halt alles angucken, wenn's beleuchtet ist. Man sieht sogar mein Tower. Mein Spawn Tower, Leute. Da unten. Über der Karte taucht er auf. Da ist er. Das ist der Spawn Tower. Das spawnt ihr. Ich sag, wenn ihr oben drauf spawnt, müsst ihr mal nach unten fliegen. Da unten, ganz unten drin sind die Regeln. Falls ihr neu auf dieser Map seid, damit ihr Bescheid wisst. Ah, das ist eine echt geile Aussicht. Und Leute, runter. Wir fliegen jetzt zu schaffen. Ah, fast ins Wasser geschafft. Schade. Das ist dieser Tap. Da ist der Tower nochmal. Ah, ziemlich hoch das Ding, ne? Ja. Was wird denn hier noch gebaut? Was ist das denn? Bilder vom Player Octai. Ach, kenn ich schon. Seine Fernsehnecke. Und zwar dann nix, außer ne Küche. Okay. Ja, ist nicht so... Halle, die weit weg. Ja, Leute. Ich wünsche euch einen schönen, rässlichen Tag. Und... Ja. Bis morgen, würde ich sagen, ne, Leute? Da, 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 da. Und cheesy. Ich wünsche euch trotzdem. Ja. Zum tele ist noch. Jetzt... Bis morgen, dann sind da. Was? Untertitelung des ZDF, 2020